Ja, jetzt sind wir hier in Nürnberg und ja, jetzt sind wir hier in so einer Burg und da gehen wir jetzt lecker essen. Überall so alte Fachwerkhäuschen, Futterbuden. Uch, ja, sieht alles sehr schön aus hier, auch sogar die Hotels und so Buden, ja, das wär mal was. Ja, und hier ist das Eingang, so, und da oben ist noch der Turm, ja, und diese schöne Musik. Und so sieht das dann in der Stadt aus. Jetzt gehen wir jetzt mal ein Futterbude suchen und morgen ist der Dance. Ja, jetzt sind wir hier beim Hans im Glück. Es gibt so viele Soßen, aber müssen auch Essen holen. Hey, es ist lecker. Gut, ach, du warst eine Kontrolle, was du tun hast. Lecker, lecker. Und da spielen die und machen Musik. Und da waren wir so wieder bei den Kirchen. Und hier ist auch Tatütata, wie überall. Stimmt, hier waren ja so viele Kirchen. Wir waren ja schon mal hier. Jetzt gehen wir hier in so eine Bude rein. Ach, ha, ha. Hi. Hier ist alles so mittelalterlich gemacht. Mit so Leinen und Tüchern und Leder. Und hier, guck mal, wie eine Taverne. Wie früher. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Hier sind noch alte Treppen. Oh, hier ist aber finster. Oh, kann man nicht so gut sehen, nein. Überall Kerzen, wie früher. Das ist ja schön. Ja, sonst fragen wir mal, ob oben was kann. Schon trinken wir hier noch was. Lecker. Ja, das hat uns Moonwolfes hier empfohlen. Was hier so schön ist. Das hier oben ist die erste Etage. Da kann man auch sitzen und was essen und so. Keller, gibt's Nachtisch. Da sind so Bücher. Ich sehe das. Und ein Stück Flammenkuchen. Ja. Das ist so moderne Gals. Das ist das Killerkaninchen. Ich will das. hotel angekommen da sieht irgendwie aus wie ein knast na ja ist das isis und jetzt gehen wir pennen das war ein schöner stammtisch heute und morgen ist der eins und da sind dann noch ein paar automaten falls man hunger oder durst hat für ein süppchen so gehen hier so die treppen das dann hier aus ein sehr tolles günstiges hotel und jetzt morgen das frühstück da sind die öffnungszeiten bis die flur bis 10 das war bestimmt ein fängnis früher mit ganzen zellen da steht eine nervenklinik wie sie die welt noch nie gesehen hat eine duschkabine ein waschbecken mitten im schlafzimmer weil im klo nichts ist außer einer lampe und der nächste morgen ja heute ist der dance aber erstmal frühstück man ja alles was man braucht ja und hier ist dann die anmeldung an der bude an der kassenbude ja hier ist also ein schönes plakat kann man sich registrieren aus und so sieht das aus wenn man hunger hat und auf die toilette muss ein kleiner die last denn dass sie auch noch dabei auch die kenne ich vom letzten jahr noch nachher was zu trinken gibt und da ist die technik gerade fertig geworden habe ich jetzt vorhin nur ein foto gemacht das ist aber traurig wollte doch gar kein foto machen ja jetzt muss der noch ein bisschen herhalten bis die richtigen djs kommen aber es ist noch zu ja aber die stimmung ist schon total gut ja ja jetzt geht nicht immer noch nicht rein nein obwohl die stimmung schon gut ist ja party die erste tanz ja 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 ich glaube ich die tür auf geht es direkt los ja 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 Hey now, you're a non-star, get your game on, go play, hey now, you're a non-star, get the show on, get on, somebody wants to ask could I bear some change, well guess I need to get on, stop me today, wait a minute, it's been the same time, I'll be back on, me now, get my best meme, hey now, get my best meme, hey now, get my word, it's like Woooo, don't go, I'm rough Ja, alle Fummeln an dem Gerät herum. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja, also nochmal mit dem Schnäuzer, ich weiß nicht, ob ich den schon draufhast. Hallo, ja, wir sind ja jetzt hier auf dem Bavarian Ferdinand, ja, Bavarian Ferdinand, ja, wir kommen jetzt gerade auf der Süda-Long, ja, die ist nämlich ganz oben, ja, oben, da müsst ihr hier die Treppen steigen, ja, da müsst ihr aber gut festhalten hier. Ja, wir haben uns stürmt denen ab und, ja, da müsst ihr gut gucken, ja, die Stürzen sind die Wohne da. Ja, immer festhalten, immer festhalten. Ja, das Bett ist hier, das kriegt ihr am Eingang, ja, wenn ihr hier Eintritt ist, dann kriegt ihr so eine Umhänger und eine Karte. Ja, aber, ja, leider kein Festflut, nein, das wäre natürlich toll, wenn ihr Festflut hängt. Kann man die um den Hals hängen, ja, aber so passt die nicht über meinen Kopf, nein. Ne, passen nicht über meinen Kopf, leider, nein. Ja, hier kann man auch was essen bekommen, ja, da kann man auch draußen, ja, gehen wir mal raus, gehen wir mal raus, ja. Ja, ja, hier ist die Lampe an, ja. Ja, hier ist die Lampe an, ja. Ja, hier sind noch grüne Streifen vom letzten Mal, ja, da war dann, äh, cyberpunk war letztes Mal, ja, jetzt ist, äh, äh, wo war's jetzt? Ich weiß nicht, nee, äh, das ist nur noch holländisch, die zählen, ja, äh, jetzt hab ich vergessen, die da zählen. Ja, wo war's jetzt? Ja, wo war's jetzt? Wo war's jetzt? Ja, wir sind aber mehr als vorbei, ne, ja, also. Noch ein Auto, ja, hier. Hallo, hallo. Guck mal, hier, da. Ja, immer neue Leute hier, ja. Ja, ich hab mir nicht auf die Märze, ich hab mich grad spät. Ja, ich werd immer abgelenkt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, ach so, ja, mit der Autoshow, ja, Autoshow. Und, äh, ja, dann schau mal hier, da ist noch ein Auto. Ja, das, äh, das hat auch richtig Trauer, so mit der Musikanlage und so. Und hier ist noch ein Auto. Oh, das kann man jetzt vielleicht sehen, das ist doch finster, ja. Kennst du mich noch? Äh, ja, ich hab dich, glaub ich, schon mal irgendwo gesehen, ja, aber, ey. Neuer Fuß. Neuer Fuß. Ah, hui. Und die dann noch? Haku, ja. Haku, ne? Ja, Haku, ja. Früher kalt für den Wolf? Ja. Wenn wir nicht alle Zeit miteinander klären, dann wir nicht alle Zeit. Ja. Weiß ich gar nicht. Filmst du gerade? Nein, 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 ich filme, ja, kann man alles nachher rumschneiden. Ne, ne, alles gut, alles gut. Ja, ich muss ja ein bisschen berichten, so wie schön das hier ist. Ja, es ist ja schön. Ja. Aber ich weiß, wann die Autoshow lossteht. Autoshow gibt's die auch? Ja, aber wir stehen noch hier bei den drei Autos. Hier soll da noch irgendwas kommen. Ha? Weg ist er. Weiß ich gar nicht. Nein, keine Ahnung. Vielleicht hab ich mir auch vertan, ja. Aber, äh. Oh, guck mal, die leuchten unten da. Bitte? Der leuchtet unten da. Hm, ja. Hm, ja. Hm, ja. Ja, ja, der leuchtet. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben die nur so ein bisschen hingestellt, so. Oder da hinten auf dem Tag, ne? Der Kalettenrekorder, da. Ja. Ja, hier ist überall zu sehen. Ja. Da hinten mal wieder zu sehen. Nein. Nee. Kann nicht gut malen, nein. Hal, cool, oh meinst. 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 That's iron TV. Das war's für heute. Das war's für heute. Essen, so was herzhaftes und was süßes, den ganzen Tag noch nichts gegessen, oh mein Magen, ok. Das war's für heute. 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 Ja, jetzt ist hier alles entfahrtlich, ja, guck mal da, alles entfahrtlich, hui, alle anleuchten, ja, guck mal wie die leuchten hier, hui. Da jetzt, bis heiss ros wenn du, ja, guck mal, gnat mal, guck... Ja, guck mal in der Knie zum Kath�isch, oh nee. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR